Hey, herzlich willkommen zum zweiten Thursday Thunder 2019, ich sitze heute einfach mal bei uns in der Crawler Area, keine Angst, nicht im Sandkasten, denn wir haben was Neues von ECX für euch, der Doomsday guckt ihr schon so ein bisschen verdächtig um die Ecke, denn er bekommt einen kleinen Bruder oder einen großen Bruder, denn wir haben einen neuen Monster Truck für euch, von Team Scream, der Ex, und was der kann, das schaut euch jetzt an. Bis gleich. 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 Der macht doch Spaß auf mehr, oder? Lizenziertes Farbschema von Team Scream aus den USA ist dort super erfolgreich im Monster Truck Rennen. Also viel Spaß damit. Auch wenn ich es mir gemütlich gemacht habe, muss ich ja gestehen, sitze ich hier nicht ganz ohne Grund in der Calling. Denn dank unserer Events und dank eurer zahlreichen Unterstützung konnten wir in diesem Jahr das Kinderspeed Sternbrücke finanziell unterstützen. Und dafür natürlich ein Riesendank an euch, an eure Unterstützung. Und wir möchten damit natürlich auch bei den kommenden Events hier in 2019 weitermachen. Und das war es auch schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank nochmal für eure Spenden. Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns mal ein Like da. Abonniert unseren Kanal und schaut mal bei eurem Händler vorbei oder baut es auf den Seiten TowerHobbys oder HorizonHobby.eu. Bis nächste Woche. Habt ein schönes Wochenende und viel Spaß mit eurem Hobby. Bis dann.